hallo leute willkommen zu einem neuen video von mir ich bin vanessa und ich möchte euch heute meine kleine sammlung der monster adansoni variegatas zeigen das sind meine absoluten lieblingspflanzen und ich komme mit den super klar und ich verrate euch auch gerne wie ich das mache und jetzt zeige ich euch was ich alles habe viel spaß ich weiß hier ist ein bisschen schlechtes licht wir sind hier unten in meinem badezimmer und zwar habe ich mich für diesen platz jetzt neu entschieden und zwar geht es darum dass hier viel mehr luftfeuchtigkeit herrscht durch das duschen und generell ist es hier unten immer ein bisschen feuchter und ich denke das tut den monster adansoni sehr gut und ich zeige euch hier mein neuestes schätzchen diese große hier das ist eine monster adansoni variegata aurea die habe ich mir gekauft auf ebay und habe für diese tolle schönheit 150 euro ausgegeben mit diesen vielen vielen blättern dies bester gesundheit und ich habe auch sogar schon die ging nämlich bis hier ganz oben hin ich habe jetzt hier schon dreimal ein ableger gemacht das habe ich hier in dem gläschen drin und zwar ist das ganz interessant schaut mal her die unteren blätter die sind ja alle schön variiert und die ganz ganz oberen blätter ich zeige euch mal die sind hier einfach nur grün so und jetzt habe ich mich mal wieder belesen und es heißt dass die monster aurea variegata erst im späteren verlauf die farbzeichnung sich zeigt und ja deswegen möchte ich dir auch jetzt nicht schon als stecklinge anbieten sondern ich möchte einfach warten bis die wurzeln ich zeig dir euch mal wie schön die schon gewurzelt ist na komm ich dir her da seht ihr jetzt sieht man super also ich warte jetzt einfach mal ab und setzt sie mir dann halt einfach als pflanze ziehe ich die mir ran und dann schaue ich mir mal das an wie schnell es braucht bis dann hier auch wieder eine variegation zu sehen ist weil die mama pflanze die ist ja echt schön oder das sieht man so gut das licht ist ein bisschen schlecht aber ich denke man kann doch sehr gut die variegation erkennen hier auf der seite hat auch noch blätter ja also wie mache ich das ich hatte ja hier oben wo ich halt nur die sehe das sind so kleine braune knubbel an denen wächst dann die kommt die luftwurzel raus dann tue ich das ende im zimt geben ein bisschen antupfen und dann lasse ich sie so etwa 15 minuten bis eine halbe stunde an auf der seite liegen und ja und dann wenn ich denke dass unten der anschnitt gut abgetrocknet ist dann kommt sie in ein glas ein schönes sauberes glas mit wasser das war es schon nebendran das ist meine habe ich schon in den anderen videos gezeigt meine normale monster adanzoni variegata das war unsere aller allererste pflanze für die hatten wir 750 euro bezahlt und es war so dass bei ihr auf einmal keine variegation mehr sich zeigte auch guck mal wie schön sieht man das gut so jetzt sieht man es aber schön schön halbmond ja also sie hatte überhaupt keine variegation mehr gezeigt hier kommt noch ein neues blatt ja und dann bin ich einfach hin und habe sie einfach komplett runter geschnitten hier sieht man es noch bis hier runter und dann seht ihr schön dann verzweigt sich das hier und dann kommt quasi von beiden seiten neu austrieb und neue blätter ich zeige euch mal die seite die sind auch sehr schön guck mal wie schön diese und das hat mich gewundert weil so weiß waren die nämlich vorher nicht also kann man mit einem rückschnitt auch wieder schön die panaschierung anregen ja dann direkt nebendran habe ich die monster adanzoni aurea europien form das sieht man jetzt wirklich ganz schlecht ich versuche ich mal dieses fahrt diese struktur super jetzt sieht man es gut das ist auch sehr schön das gefällt mir sehr gut ja von der habe ich auch schon ein ableger gemacht die wächst auch sehr kräftig ist auch von dem gleichen verkäufer die habe ich mir direkt mitgenommen ja was wollte ich noch sagen also hier vorne dran das ist eine monster adanzoni variegata in nach wie heißt archipelago groß bin ich nicht auf den namen kommen archipelago groß die sieht auch sehr schön aus die ist noch ein bisschen kleiner das ist quasi ein baby pflänzchen was ich mir jetzt auch angezogen habe dies du auch mal im versuch einfach nur in einem glas mit ceramis ja und da hinten habe ich auch noch so ein paar ableger da muss ich mal gucken wie die sich entwickeln das ganz hinterste glas ist auch eine archipelago groß nur die hatte ich so weit runter gekattet da ist hier gar kein blatt mehr dran aber das macht nix da kommt wieder was hier habe ich noch eine kleine maus ja da weiß ich gar nicht was das ist kann ich euch nicht mehr sagen ich weiß es nicht es ist ein kleines überraschung sei die ist total grün ist aber eigentlich ein ableger müsste das sein von der monster adanzoni variegata wenn das jetzt nicht so ist und ich habe es verwechselt dann müsste es von aurea noch sein also ich muss warten bin gespannt wie ein flitzebogen bis das zweite dritte blatt kommt und dann ja mache ich mal euch mal wieder ein video und erzähle euch mal was da draus geworden ist ansonsten was gibt es denn noch zu den monsteras zu sagen ja ich wollte euch erklären ich habe die alle hier seht ihr alle schön in ceramis stehen hier ist ein mix aus ceramis und erde und was ich immer mache mit den untertöpfen ich gebe einfach dann unten auf den boden ein schuss wasser rein und ja dann kann sich quasi der topf und das sind ja löcher kann der sich dann bedienen dann zieht er sich das wasser von alleine hoch und die pflanze ist immer schön versorgt würde ich mal sagen ja bis halt jetzt die nummer mit dem glas das ist halt dann noch besser dann mache ich nur ungefähr bis hierhin bis hier ungefähr so ein schuss wasser rein und dann zieht sich das hoch aber ich möchte nicht dass dann zu viel staunesse entsteht und ja aber ihr seht ja denen geht super süpidübi tja das war mein kleines video über meine absolute lieblingspflanze der monstera adanzoni variegata und es gibt so viele tolle sorten also ich habe jetzt wie gesagt die aurea dann die normale variegata dann diese europäen mint und die archipelago ghost und die indonesien marble da habe ich euch das letzte das letzte video von mir habe ich euch die gezeigt ja jetzt ist die frage ich suche zwar immer aber ich glaube was diese pflanze angeht was das mit den sorten aber wenn ihr noch eine kennt würde ich euch sehr sehr darum bitten mir euch das also mir das mitzuteilen und mir das in die kommentare zu schreiben weil ich bin eine richtige sammlerin und ich würde mich über noch eine andere sorte sehr freuen wenn es denn noch eine geben sollte tja bis dahin mit den neuen ablegern von der aurea halte ich euch auf dem laufenden weil die wie gesagt ja so grün sind wann da sich mal farblich eine veränderung zeigt wie bei der mutterpflanze im hintergrund und ja mit diesen bildern würde ich sagen sag ich euch tschüss habt einen schönen tag und bis zum nächsten video tschau